so hallo leute ich weiß gar nicht wie ich das hier angehen soll ob ich das als shop video bezeichnen soll oder nicht da habe ich schon mal ein video heute gemacht um 2 uhr nun ist hier sind hier noch neue sachen hinzugekommen der shadow rebell ist noch mal hinzugekommen standard farbe shadow ohne schutzbrille mit maske und dann ghost sagen shadow sieht schon besser aus oh ja und dann sein spring gerade was spring radios arm sturm stürme agency kann man verschenken das sind die einzigen zwei neuen sachen ich denke mal die bleiben bis samstag drin wenn das live event ist oder wahrscheinlich kommt da noch was hinzu ich habe gesehen den links ist noch legendäre gewesen ist denkt man das ist einer der sieben